Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen zurück bei Neo 2 Remussel. Mir, ach, guck an, es ist einfach, unser kleines Häuschen ist einfach hochgekommen. Und jetzt können wir auch da rüber endlich, aber hier. Das ist aber schön. So, dann gehen wir erstmal hier nach oben, Sprenggeschosse, aus dem Lager auf Sprenggeschosse. Hello. Uns fehlen leider immer noch zwei Kodamas. Wo sind die nur? Ich glaube nämlich, dass da vorne irgendwie der Endboss ist. Achso, er. Haha, du wie. Ha! Das war jetzt ja vielleicht doof. Na ja, reden wir nicht drüber. Auch Enki. Wieso ist denn hier so eine riesige Enki-Population? Ich meine, ich finde es gut. Yoki sind da eher nicht so. Die sind ein bisschen agiler, besonders die Ninja-Yoki. Die sind gemein. Aber diese Enki-Population hier, die ist schon sehr krass. Wieso bin ich denn jetzt... Na ja, reden wir nicht drüber. Das Problem ist aber jetzt, dass mir immer noch zwei Kodamas fehlen. Und ich will nicht, dass da oben das Ende ist. Aber es sieht alles danach aus irgendwie. Es ist jetzt hier alles mit nach oben gegangen. Ist jetzt hier irgendwas verändert? Vielleicht. Hier ist auf jeden Fall Ende. Hey, Leute. Also jetzt ist nur dieses Ding nach oben. Alter, der ist immer nach oben gegangen. Höh. Jetzt überlege ich natürlich. Wir laufen mal hier durch. Der trifft mich einfach immer mit seiner doofen Fackel. Der trifft mich einfach immer mit seiner doofen. Das ist einfach mit hochgegangen, gell? Das geht jetzt ja einfach nur, das hat ja hier drangehangen. Ja, da hat sich nichts geändert. Hat sich hier irgendwas geändert? Ich zuebe nach oben gefahren, Wahnsinn. Ach, wir kommen gar nicht mehr weg. Hä? Okay, ja, gut. Wir kommen hier gar nicht mehr weg. Hier kommen wir auch nicht. Okay. Ne, gut, dann, äh, ja. Dann aber nur einen Weg. War hier nicht eine Mietz? Die Mietz ist leider nicht da. Okay, dann müssen wir so gehen. So, wünscht mir Glück. Ich habe leider zwei eurer Kumpanen nicht gefunden. Ich fühle mich selbst sehr schlecht dabei. Oh, da los. Okay, wir sollten doch wieder unser allerliebstes, äh, Blitzkanönchen mitnehmen. Sieben Wunder. Oh, durchsuchen. Ja. Mach schon gern einen Fernkampf bei Neo, muss ich schon sagen. Hätte ich nicht gedacht, aber, äh, mach ich schon gern. Oh. Hm, toll. Sollen wir hier vielleicht mal ein bisschen rumhantieren. Der Artenphoenix. Max Meaghan. Jetzt kommen die ganzen... Da ist ein Kodama. Aber einer fehlt mir dann trotzdem noch. Wo ist er? Da ist er. Wisst, einer fehlt noch. Geh nach Hause, schnell. Darking Hole. Du nervst mich aber. 142. Uh, der gibt einen Haufen Ruhm, wenn wir den schaffen. Zieh zu Rennen ran. Oh, der hat so einen Stock dabei. Das heißt, der ist relativ schnell leer mit seinem Key. Das Problem ist nur, wir auch. Bei dem letzten Hohen hat man 306 Ruhm bekommen. Wie kriegen wir jetzt? 310. Hm. Uiuiui. Da hinten leuchtet was, aber Heavy Rain 50. Da war wieder die Zahl dabei. Da habe ich vielleicht auch eine Zahl dabei. Wenn ich irgendwo rumhue. Ich habe mal ja so ein Jaspis hier irgendwo hingestellt. Und da hatte ich bisher keinen. Oh. Ja. Soll ich mal hier so ein Jaspis hinstellen? Ich darf halt nur zwei hinstellen. Ne, drei. Hm. Wir müssen einen wegtun. Ich bin stark. Ruft mich. Das bin ich. 130 bin ich. Ja. Oh nein. Warum ist denn die Musik hier weg? Äh. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Hier machen wir mal das andere hin. Diesen. Nein, ich habe ihn gar nicht dabei. Oh. Na, hoffentlich funktioniert das jetzt. Äh. Äh. Ja. Ne? Ja, versuchen es einfach mal. Muss ich jetzt echt? Oh nein. Also, ich muss mich schon sehen. Ich hab ihn mir. Das ist einfach mal. Ich muss mich gar nicht aufpassen. Hast du dich überlegen? Ne? Das ist einfach mal. Ich muss mich nicht aufpassen. Oh Gott, das will wir! Das fängt ja gut an! Lass mich doch auch mal! Das fängt ja gut an! 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 Aua! Hat der mich jetzt erschrocken! Das fängt ja gut an! Das fängt ja gut an! Ich werde nicht anfangen. Oh oh! Nein! Ach, schade. Hm. Naja. Schauen wir mal. Wir nehmen diesmal unser Jutsu. Dieses andere nehmen wir mal mit. Ach nee, halt. Falsch. Hm. Ach, die Schnellwechselschrift ist hier. Ich habe nur die Kraftpille. Okay, ich muss mal eine Kraftpille abgeben. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, es bleibt hängen. Das hast du ja noch nie gemacht. Hm, was ist denn da los? Wieso hängt denn das jetzt immer so? Ähm. Ich wollte mal Opfer. Ach nee, hier gibt es nur die Dinge. Äh. So. Dann. Irgendwie hängt es jetzt immer. Warum? Warum hängt das? Ja. 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 Da. Ja. Ja. Hmm. Ist natürlich jetzt keine gute Werbung gewesen, dass ich jetzt hier dieses Ding hingestellt habe. Hier muss ich jetzt einfach weg. Hä? Irgendwas habe ich nicht ausgerüstet. Da ist unsere Schnellwechselschrift tolle, da sind unsere Dingers. Ähm, ja, dann schauen wir mal. Hmm. Dann haben wir die halt doppelt drin, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Oh, ich habe zwei. Oh, sind sie wirklich süß. So, jetzt muss ich mal ganz schnell das hier benutzen. Seid ihr bereit, Mitzikazis? Das ist ein böser Mann. Jetzt habe ich aus Versehen aufgehört zu, äh, zu blocken. Jetzt habe ich natürlich meine Katzen, äh, geopfert. Oder sie sind einfach jetzt Tukichiro, seine Katzen. Können natürlich auch sein. Jetzt habe ich so lange rumgeschaltet, also... So, auf ein neues. Und sie ist. Wir sind ja schließlich gestorben. Hey, ich habe doch geblockt. Das ist ja unfair. Hey, du Elender. Ich habe geblockt. Oh, also am Anfang läuft es immer am besten. Das ist echt immer so. Irgendwie hängt es. Warum hängt das jetzt immer? Hm, wieso sind die da nicht aufgeladen? Schieß dir ins Bein. Darf ich doch. So. Einmal können wir noch. Darf ich doch. Bis zum nächsten Mal. Oh! Hey! 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 I'm so sorry! Hey! 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 Oh, er hat mich total langsam gemacht mit seiner Scheiße. Oh Gott. Oh nein, das ist der falsche. Ich wollte mich heilen. Wieso benutze ich diese Schnellwechselschriftrollei eigentlich nicht? So, einmal noch. Haust ab. Was ist das eigentlich? Habt ihr das eventuell auch? Dass der erste Versuch voll gut ist und dann wird es einfach nur kacke? Also ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist bei mir einfach immer so. Aber ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir werden dem Tokishiro natürlich noch einmal entgegentreten, aber ich glaube nicht, dass das der Entgegner sein wird, denn wir haben noch nicht gegen diesen ominösen Typen aus dem Anfangsvideo da gekämpft, der anscheinend den Tokishiro als Wirt benutzt oder irgendwie sowas, also oder die Kontrolle übergenommen hat. Also ich gehe mal stark nicht davon aus, dass das hier die letzte Mission sein wird. Es ähnelt zwar so ein bisschen der Endmission von Nio 1, zumindest bevor man nach London zurückkehrt, aber ich glaube es nicht. Deswegen werden wir noch ein bisschen hierbleiben. Ich würde mich freuen, wenn der Tisch noch dran bleibt. Heute haben wir wieder eine Niederlage einstecken müssen. Aber das ist gar kein Problem. Da schauen wir einfach mal in der nächsten Folge, wie es da aussieht. Also habt einen schönen Tag, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. Wie geht es? Untertitelung des ZDF für funk, 2017